Okay, so wir machen jetzt noch das beliebte. Jan, mach mal bitte options und mach mal Berlias, mach mal 10 Stück. Was? So ein Torz? Ne, ne, bitte auch noch nicht unter uns. Die Planung kommt. So, ich werde so verfehlen. Für uns, wenn der Schlitz nicht gehört wird. So, jetzt darf man die Punkte nicht berühren, ist ja bekannt, ne? Ja, ja. So eine Steine, Berlias. Genau, Berlias. Das wäre immer noch schnell. Danke. Ja, genau. Dreck! Ja, genau. Dreck! Jetzt steig mal. Für das Nordricks. Ja. Machst du nicht so. Ne, ja. Machst du nicht so. Ja, ja. Kann nur aufwärts gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's jetzt mal getraktet für das nächste Level zurechtgegeben. Ja, ja. 4, 4, 0. 4, 4, 3. Ja, 4, 3, 3. Ja, 4, 3, 3. Ja, das ist schon echt. Ja, das ist schon echt. Ja, das ist echt. Ja, das ist echt schnell, Leute. Das war ja schnell. Ja, ja. Ja, das war ja schnell. Ja, das war ja schnell. Ja, das war ja schnell. Ja, da hat sich der Hund ins Schwanz gebissen. Was sind ja... Hisl! Ich bin direkt mitchen Stein! Oh, blutste wheeler marschelnd. Ach das war schon ein bisschen mehr derüne Uneh bescheuert. Ja, nah. Mit lange heißt es nicht zu tun. Ach... Mit spannend hat sich das zu tun. Ja! Ganz gut. Das ist gut. Wie gibt es keine Dämon-Kaffee? Wir sind nicht schön. Das darf ich nicht. Jawohl. Wer weiß. Der Guido. Ich sehe ihn. Alles zurück. Weiß nicht. Scheiß nicht doof. Wer möchte noch kleinen Dreiden reden? Ist das hier schön? Rajai? War das Frühstück oder nicht. șt Rose Walking, ober. Schraube. Ist aber ein vorherseinkort. Es muss so wie die Biosph다는 Clarem. Da oben ist ein Ovi. Naja, er war. Yes! Unten war ein Fahrer. Der ist scheiße Fahrer. Ich konnte gar nicht da oben gucken. So, dann rechnen wir. 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 Du kriegst auch. Ja. Scheiße. So, dann rechnen wir. Das ist so früh gedrückt. Ja, dann rechnen wir. Round finish! Das Ding war schnell. Wow. Was ist denn? Ja. Oh, man muss jetzt den Ende auch schon weg. So, dann rechnen wir. Aber das ist gut. Pfff. Wir sind direkt offen. Oh Gott. Was war das denn hier? Das war Fluch. Ja. Das war richtig gut. Wenn man sieht, wie eine kurze Linie das ist. Ich wollte mir das etwas länger angucken. Ich wollte mir das etwas länger angucken. Boah. Der war der Grau. Ich. Ich auch. Ja, danke Orangener. Zwei gleich bei einem Tag. Frisch. Ja, 102. Ich. Oh, shit. Oh, das war wohl der Kette. Das war ein Weg. Das ist ja ein guter Buch. Das war egal. Das war egal. Aber hammer los. Ach, warte, warte, warte. Das ist ja lecker. Das ist das schönste Kühn da. Ah, das ist das. Respekt. Yes. Puh. Tschüss. Verfluchten. Nichts. Nichts. Oh. Scheiße. Das war aber knapp. Jawoll. Das war knapp. Die Pazifisten-Taktik mal wieder geholfen hat. Jawoll. Können wir das? Also, ich würde sagen, vielen Dank fürs Mitspielen. Nach 8 Punkten ist so ein Spiel einfach zu Ende. Das steht in jedem Regenbuch, wenn ich jetzt das mal sagen. Komisch, dass er dann erzählt hat. Aber die 80-20 Regeln drin ist. Mal ganz ehrlich, ihr wollt doch gar nicht mehr, oder? Ja. 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 Mal ganz schnell zurück. Mal ganz schnell, weil ich gleich kurz zum Lippen bin. Jawoll! Und noch ein Sieg! Neun, neun. Wir sind in jedem Regelnruck. So, Moment, 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 jetzt letzte Runde, wollen wir mal sehen. Was ist denn da? Wie viele Punkte kriegt der Erste und wie viele kriegt der Letzte? Also im Augenblick kriegt der Erste, kriegt 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Punkte. Also für jeden Platz 1 plus 1 fürs Gewinnen. Ah ja, das heißt, ich kann nicht egal, warum ich jetzt das Fach ausfüllen. Ja, so ungefähr, aber wenn man bedenkt, dass ich die ersten zwei Runden jeweils einen Punkt gekriegt habe. Also ich bin die ersten zwei Mal Letzter geworden. Ich bin ganz schön hochgearbeitet jetzt. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt auch nicht umsonst war. Aber wie geht denn draußen? Nö. Was ist denn das jetzt? Ich bin übrigens so der Gegner. Ach, der Orangene war ein guter Gegner in dem Tournament hier. Ich mochte ihn. Auch der Rote. Ich mochte ein bisschen rumfahren, der Rote, der kleine Racker. So jetzt mal ausmachen.